Nord und Süd, die Welt ist Wied, Ost und West, Tujus ist West. Das stimmt bei uns überhaupt gar nicht. Hier sind mal wieder Sabine und Thomas. Viele von euch kennen uns vielleicht aus den Katamaran-Videos, die wir schon öfter hochgeladen haben. Und wir reisen aber schon seit über 30 Jahren kreuz und quer in der Weltgeschichte rum. In dieser Serie, die wir euch jetzt vorstellen, wollen wir euch einfach durch die verschiedenen Länder führen, die wir schon bereist haben und noch bereisen mit Infos, mit Tipps, mit Videos und mit Fotos. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei und wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. , , , , , , , , ,... , 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 ,, ,, , ,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,